Hier sehen Sie die 36 Volt Lithium-Ionen-Akkubohrhämmer, den GbH 36 VLE Professional und den GbH 36 VFLE Professional. Die Multihämmer sind vielseitig einsetzbar und damit optimal geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Der GbH 36 VFLE Professional ist doch seine hohe Schlagenergie schneller als ein 2 kg Netzhammer. Das pneumatische Hammerschlagwerk ermöglicht Bohrungen in Beton bis zu 26 mm. Und dank des effizienten Bosch-Motors können Sie bis zu 195 Löcher mit nur einer Akkuladung in Beton bohren. Das mitgelieferte Schnellspann-Bohrfutter im GbH 36 VFLE Professional ermöglicht Bohrungen in Holz und Metall. Auch zum Meißeln ist der Kombihammer durch seine Schlagstärke von 2,8 Joule ideal geeignet. Vielseitig einsetzbar und stark wie ein Netzgerät. Der GbH 36 VLE Professional und der GbH 36 VFLE Professional. Der GbH 36 VFLE Journal